Ja, Bruno und ich, eine ganz gute Filmsgruppe und da sind deine Familie unten dicht, du siehst die. Ach, da sind sie ja schon. Und was sagen für deine Frau, kannst du? Hallo, Erika! Ja, hier fliegen wir zusammen und du kannst bitte festhalten, ja? Du hältst es besser, bist du dabei. Alles klar. Stell deine Klocke links für mich, so viel du kannst. Das ist perfekt. Ich werde es recht hängen. Das war eine kleine Kurve für dich. Und jetzt schön aufstehen bitte. Aufstehen, aufstehen. Und auch deine Füße stehen bitte. Stehen. Okay, sitzen kannst du. Schütze, Bruno. Gut gemacht. Wundervoll. Sprich, wie war das bitte? Schön. 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 Schönst auf der Welt. Schönst auf der Welt. Das ist schön, was du da sagst. Vielen, vielen Dank. Ja bitte. Du willst ein Foto von uns sitzen. Absolut schwitzig. Bitteschön von mir, meine Damen. Wie hat das ausgeschaut? Wunderschön. Wunderschön, ja. Wunderschön. Bruno, ich helfe dich. Aufstehen zusammen. Ja, mit einem Gurtel. Ja, mit einem Gurtel. Ja, ein Lön gegen mir. Und... Aufstehen. Aufstehen. Ja, super. Oh. Vielen, vielen Dank um mit mir zu fliegen. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Danke, danke. Sind Sie? Dankeschön. Bitteschön. Danke, Bussi. Sie macht das auch. Ja, ja, ich glaube das. Kommen Sie gleich fliegen, oder? Mach das. Donut. Donut, Erika. Ja. Das ist nicht heftig. Das ist nicht schwer. Nein. Richtig für einen. Ja. Ja. Ja, ja. Das passt gut. Ja. Hast du Zeit für dich? Ich habe Zeit. So, bitte. Bitte die Leine stehen hier. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Und bitte dich selber ausklicken. Da kannst du dich ausklicken. Das ist kein Problem. So. Wir haben ja schon die Knips immer mit einem roten Messer.